Die Herausforderung für mich ist, dass ich es nicht tun kann. Ich kann es als black person. Ich kann es als Frau in meinem eigenen Land tun. Bei einer älteren konnte man sehen, dass in den nächsten 20 Jahren nichts passieren wird. Überhaupt nie etwas passieren wird bis zum letzten Tag. Das war der Grund für mich, für meine Flucht. Der Regime hat eine Monopole auf den Medien. Ich wusste, dass die Menschen sterben. Ich musste darüber sprechen. Sie sagten nicht die Wahrheit. Die Demokratie ist nicht wie die Anden. Sie ist da für immer. Sie ist wie ein Garten. Sie müssen jeden Tag Wasser. Sie müssen zum nächsten Mal gehen. Sie müssen zu überlegen. Sie haben eine Beinigung.